Nacken Amazone Papagei Autor Seltsam Kenzi Die Filmbilder hat der Autor in Nikagaruga gedreht. Die Gelb Nacken Amazone, Amazone Aeropaleata, ist eine Vogelart aus der Familie der eigentlichen Papageien. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet ist Mittelamerika. Gelb Nacken Amazonen erreichen eine Körperlänge von 35 bis 38 cm. Ihr Körpergefieder ist grün. Namensgebend ist der Gelbe Nacken. Die Art wurde früher als eine Unterart der Gelb-Sheddy-Tel-Amazone eingeordnet. Heute wird sie als eigene Art angesehen. Es gibt zwei Unterarten. Rot-Bug Gelb Nacken Amazone Aeropaleata Parfipes Rotan Gelb Nacken Amazone Aeropaleata Caribe Gelb Nacken Amazone haben eine laute Stimme und sind in der Lage, Laute aus ihrer Umgebung gut zu imitieren. Sie sind Höhlenbrüter. Das Weibchen legt zwei bis vier Eier. Die Brutdauer beträgt ca. 26 Tage. Eier Sauer Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.